Musik Nachdem ich die 45 Kilo abgenommen habe, haben mich immer wieder Leute darauf angesprochen, wie ich mich optisch verändert habe und vor allem wie ich es geschafft habe. Und es geht sehr einfach. Man muss nur wissen, wie. Musik Das Steiner-Prinzip hat Essen als Schwerpunktthema. Es geht darum, was, wie, wie viel, wie oft, dass man auch weiß, was man da tut. Musik Bewegung spielt natürlich auch eine Rolle, aber eben wiederum so, dass für jeden etwas dabei ist. Musik Der Steiner-Prinzip ist eben ganz klar keine Diät, sondern es ist eine Lebenseinstellung. Musik Denn im Prinzip darf ich alles mit Genuss, das Essen soll auch schmecken, aber eben angepasst an meine Situation, wie ich sie brauche. Musik Aber das Allerwichtigste, das jeder mitbringen soll, ist Motivation. Man muss einfach Spaß haben und auch einen Grund haben, warum ich es tue. Ich muss es wirklich von innen heraus wollen und dann funktioniert das Steiner-Prinzip wunderbar. Musik